In den USA hat Präsident Obama nach gescheiterten Etatverhandlungen mit den Republikanern milliardenschwere Haushaltskürzungen in Kraft gesetzt. Obama ordnete offiziell die Umsetzung der Sparvorgaben durch die Behörden an. Allein in diesem Haushaltsjahr müssen Ausgaben in Höhe von 85 Milliarden Dollar eingespart werden. In seiner wöchentlichen Rede an die Nation appellierte Obama an den Kongress, einen ausgeglichenen Kompromiss zu finden, um die drohende Schließung von Regierungsstellen zu verhindern.